hallo und herzlich willkommen zurück weiter geht's ein bisschen forschung betreiben was machen wir denn 3,7 millionen haben ist der expo mal fertig jetzt gucken wir mal ob es irgendwas neues gibt die eigenen engine also brauchen wir jetzt noch nicht zu erstellen Spielehistorie Poké 7 danach kam Act DX 7 PC so und los geht's so man kann Charakterentwicklung ja man kann ja schon einiges machen gut naja dann komm ich hoffe das ist richtig gewesen ja komm 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 das war richtig ok 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 naja jetzt schon los hier ja 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 Die Es ist vorbei, sie fachlich. Oh, neil ist die Rekord. Nein, ich will nicht ein anderes Blut. Noch nicht. Oh ja. So, ich will weiterforschen. Ah, Mama. Ah, das gucken wir mal. Was hast du noch? Ein Thema jetzt? Fantasy. Da weiß ich doch schon mal was für ein neues Spiel. Ja, ja, das ist gut. Ich weiß schon was kommt, wa? Final Fantasy. Let's see. Okay. Mensch. Und du mal den. Hier so runter und dann fertig. Naja, sehr gut. Na, komm. Noch irgendwas. Naja, sehr gut. Na, komm. Naja, du mit deinem Büro. Jetzt sei ruhig. An der ersten Spielebewertung. Guck mal. Oh, naja. Hm. Na, will man schon den Leuten neue Spiele bieten? Und dann. Hm. Ja. 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 und machen wir mal schnell jetzt, ja ich wisst ja was mittelalter action pc so 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 und fertigstellen nein wie oft denn noch mit dem büro nur ich mag es immer naja nicht ganz vernichtend so 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 gibt es aber viele so 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 Oh, Muddy. so so eine engine machen das schätze ich mal nee servus kann man so machen ok muti plattform mal ein neues thema knall mir jetzt noch in ihr neues thema hmm Dann machen wir das einfach mal. Ich will jetzt ein ganz besonderes Spiel machen. Guck mal, ob das noch klappen tut. Nein, ich will kein neues Büro. Da gibt es die Brüder dahin, die er hat das für ein neues Büro. Dann unten durch die смотреть oder einen kabel auf den Kabel. Dann erscheinen Denkstern. Dann mal einen Rückstieg habe. Der Kabel der Kabel in die Kabel. So, das erforschen wir jetzt noch und dann ist dieser Part auch schon zu Ende. So, wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein und tschüss.